Stellen Sie sich vor, all Ihre Projekte lassen sich ganz einfach und flexibel verwirklichen. Ob unterschiedliche Schussgewichte, eine Vielzahl an Kavitäten oder diverse Kunststoffarten, wir bieten die individuellen Lösungen, die Sie suchen. In Ihren einzigartigen Ideen stecken unsere standardisierten Heißkanalkomponenten. Damit liefern wir flexible Antworten auf Ihre Anforderungen. Perfekt kombinierbare Standardartikel bedeuten für Sie konstant hohe Qualität, schnelle Lieferverfügbarkeit und durchdachte Lösungen. So steht unsere Betätigungseinheit für maximale Effizienz. Die Nadelposition lässt sich schnell und mühelos einstellen, ohne Eingriff in den Kolbenraum. Die beidseitig verbauten Heizungen im Verteilerblock sorgen für eine gleichmäßig hohe Wärmeübertragung. Unser hochlegierter Stahl garantiert nicht nur sichere Prozesse, sondern maximiert auch die Lebensdauer Ihres Heißkanalsystems. Entdecken Sie die Heißkanaldüse SmartFin. Selbst technisch anspruchsvolle Kunststoffe mit sehr hoher Verarbeitungstemperatur lassen sich damit einfach und präzise einsetzen. Heißkanallösungen von Moisburger – in Ihren Ideen steckt unser Standard.